Gratulation zu euren Toren. Wie habt ihr die denn geschossen? Ja, meistens haben wir eigentlich Abwehr verlaufen. Und was war euer schönstes Tor oder dein schönstes Tor heute? Als ich am Torrad vorbei gelaufen bin und dann ins Eck spiel. Und was wünscht ihr euch für das nächste Spiel? Servus. EnBW Energie braucht Impulse.